So, wir machen uns schon warm für das erste SR1 der Morgen im Saarland-Biathlon-Battle. Wir sind beim Biathlon-Team Saarland, bei Peter Steffes, zwischen Eilweiler und Lebach ist die Anlage hier. Sie haben es für uns vorbereitet. Auf was kommt es an beim Biathlon? Gute Ausdauer, eine ruhige Hand, Präzision und dann Treppen. Ja, und die ruhige Hand ist natürlich das Blöde bei der ganzen Sache, weil man ja noch laufen muss. Aber ich bin ja im Team mit Bond-Balser und ich bin Böller-Büchner und wir werden das auf jeden Fall reißen. Wir laufen zusammen, ne? Es ist keine Chance gegen Donna Dietmann und Haubeck-Henkel. Ja, wir laufen zusammen, aber erst gleich. Das ist mir doch nicht ein Gewinn, Gewinn. Ja, alles. Yeah. Sehr gut, komm her, komm her, ich bin gewinnig. Elena, du schaffst das. Elena, nein. Elena, ja. Ja. Die Jesse schießt aber von rechts nach links. Die Damen haben gewonnen. Die Da haben wir- Ja. Das ist mir